Willkommen in meinem Hila-Kanal. Heute kam ich zu Ihnen mit Bamya Abendessen Rezept. Ich werde Ihnen über die wichtigsten Punkte erzählen. Ich werde mein Rezept sofort beginnen, indem ich Sie bitten, mein Video bis zum Ende zu sehen. Semim hat Bamya bis zu Kilogramm. Nehmen wir die in einen geeigneten Behälter zum Garten. Schneiden wir das Kopfteil in Form der Birni mithilfe der Klinge. Ist einer der wichtigsten Tricks. Wenn wir zu tief kommen, kann unser Essen geschüttelt werden, während Sie Pizzeria sind. Bei darauf achten, lassen Sie uns alle Bamyans auf die gleiche Weise reinigen. Ich säubere lieber in Form von Trichter. Wenn Sie wollen, ist dies genug, um nur den Wurzelteil zu nehmen, wenn Sie mehr stören. Aber ich empfehle Ihnen, dies zu tun. Es ist schöner als tatsächlich. Wir reinigen alle Bamyans auf die gleiche Weise. Nehmen wir die Barte an der Kante, nachdem wir den Kopf genommen haben. Die meisten der Barte werden kommen, wenn wir in Form von Huni gefüllt sind. Wir machen das jetzt. Nehmen wir den Rest mithilfe der Klinge. Es ist ein sehr schmackhaftes Essen, wenn es wie ein sehr störendes aussieht. Es wird empfohlen, viel in Mephsim zu konsumieren. Ich möchte Ihnen näher zeigen. Unsere Klinge wird verschwitzt, wenn Sie von den Kanten mithilfe der Klinge erhalten. Wie ich schon gesagt habe, gehen wir tief. Es kann geschüttelt werden, wenn wir ein wenig tief erhalten. Auch dieser Teil ist sauber. Tun wir das. Es kann noch mehr sein. Wir werden alle ausreden durch die Aufmerksamkeit auf diese Eifersucht extrahieren. Übrigens habe ich noch Wanschat ab Jurola Terim. June 20 für mich, wenn Sie nicht an meinen Kanal abonniert werden. Abonnieren Sie meinen Video. Aki-Kanal, wenn Sie nicht an diesen Buchkanal abonniert werden. Sie erwarten auch Karre nach Video bis zum Ende. Gebt gute Güte. Um eine Nachricht von schönen Rezepten voneinander zu werden. Öffnet die Stimme Sie von Ausschutas dropfte Suite Raias Klaus. Mok Saliva Kemal Gärtner ist Leukstster. Ich habe alle Bamians extrahiert. Unser Pullover war wie Sie sehen. Lidt, Zwiebeln. Lassen Sie uns normalerweise in einer Weise. Essen, die ich liebe auf diese Weise zu essen. Wie Sie wollen, können Sie in größeren Teilen oder. Kleineren Teilen schwampen. Wenn Sie nach dem Kochen flüssiges Öl bis zur Hälfte eines Teeglases hinzufügen möchten, dann werden Sie flüssiges Öl hinzufügen. Sie können mehr als meine Nerz ist ölig, weil ich lieber eine halbe Teelöffel sogar. Nehmen wir unsere Zwiebel, dass wir weniger als. Eine halbe Teelöffel Zwiebeln gegessen haben. Lassen Sie uns bis zu 100 Gramm nach rosa Zwiebeln geröstet werden. Wenn Sie Hühnerfleisch verwenden möchten, können Sie kein Fleisch in irgendeiner Weise verwenden. Lassen Sie uns das Fleisch mischen, bis der Bergmann. Ich füge 1 Tomaten nach dem Bluten meiner Tomaten hinzu, weil meine Tomaten groß ist. 1 Stück Tomaten, wenn kleine 2 Stück oder 3 Stück können auch 1 Dessert auf ihm verwenden. Ich mache 1 Dessertlöffel Flockenpfeffer und eine halbe Dessertlöffel Salzzugabe mit Peitsche voll. Sie können alle Gewürze verwenden, die wir abgedeckt haben, ich werde alle rösten. Ich kann dieses Rezept ausprobieren, indem ich mir vertraue, dass ich das für diese Jahre tue. Und fügen wir unseren Frühling hinzu, dass wir sofort nach dem Braten so gewaschen werden. Nachdem Sie diese Jahre hinzugefügt haben, fülle ich das Wasser, bis Sie weitergehen. Sobald Sie diesen Abonnenten gefüllt haben, lassen Sie 1 vollen Zitronensaft sofort hinzufügen, was einer der wichtigsten Tricks ist. Es wird verhindern, dass man in der gleichen Weise schwingt. Schließen wir die Abdeckung unmittelbar nach dem Mischen mit. Nach dem Schließen der Abdeckung, halten wir es an sich für 40 Minuten. Lassen Sie uns in keiner Weise mischen. Ich koche jetzt mein Bamya-Gericht. Ich will dich sofort im Topf zeigen. Es war wirklich toll. Nicht in irgendeiner Weise geschüttelt. In voller Konsistenz war es eine bamische Platte. Ich will dich sofort in meinem Teller zeigen. Es war sehr schön, wie Sie sehen. Wenn wir es nicht in irgendeiner Weise vermischen und die Regeln warnen, werden Sie auch sehr schöne Ergebnisse erhalten. Ich empfehle Ihnen zu versuchen. Wenn Sie eine Erfahrung zu diesem Thema haben, bin ich sehr froh, wenn Sie es mit mir im Kommentarbereich teilen. Wieder können Sie Ihre Kommentare von Freunden, die hier kommen, teilen. Ich bin sehr glücklich, wenn Sie die Blume-Insekten-Emoji in den Kommentaren-Abschnitt verlassen. Ich will dich schließen. Es war sehr nett von der Realität. Pisti wie Kotten. Es war ein prächtiges bamisches Gericht, das selbst dispergiert ist. Es gibt keine Chance zu versuchen, mit der Sprache zu diskutieren in meinem nächsten Video. Willkommen.